Hallo, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit Jedi-Pedia. In dieser Schlafgut-Folge lese ich euch den Artikel zu den Rittern von Ren vor, die ihren Auftritt in Star Wars Episode 7 und Episode 9 hatten. Bevor es losgeht, würde ich gerne mit dir dreimal tief ein- und ausatmen. Falls du gerade dabei bist, ins Bett zu gehen, dann finde eine bequeme Position, in der du dich entspannen kannst. Falls du aber gerade den Podcast beim Spazieren hörst oder beim Putzen, atme einfach mit, es kann nicht schaden. Bereit? Atme ein und aus. Aus. Ein und aus. Ein und aus. Die Ritter von Ren waren eine Sekte von bisher sechs bekannten, teilweise machtsensitiven Individuen, die sich der dunklen Seite der Macht verschworen und sich unter Kylo Rens Führung zur Aufgabe gemacht hatten, alle noch übrigen Jedi zu töten, insbesondere Luke Skywalker. Zur Zeit der Ersten Ordnung dienten sie dem obersten Anführer Snoke und später, nachdem die Erste Ordnung ein Teil der Letzten Ordnung geworden war, dem ehemaligen Imperator Chief Palpatine. Beide selbst gehörten jedoch nicht den Rittern von Ren an. In der Zeit um 34 nach der Schlacht von Javin beschäftigte Kylo Ren sich damit, die Karte aufzutreiben, die zu seinem ehemaligen Jedi-Meister Luke Skywalker führte. Mit ihr wollte er Luke finden und ihn, den letzten Jedi, vernichten. Der erste Versuch der Ritter von Ren, die Karte in ihren Besitz zu bringen, erfolgte im Scharmützel von Jakku. Die Karte war in einer orange-weißen BB-Einheit in Poe Dameron's Astromectroiden BB-8 versteckt. Auf der Suche nach BB-8 fand Kylo Ren die machtsensitive Person namens Rey. Er hoffte, dass er von ihr den verlorenen Kartenschnipsel erlangte. Zudem wollte er sie auf die dunkle Seite ziehen. Rey hielt Kylos Versuchung jedoch stand. Später kam es auf der Starkiller-Basis zu einem Lichtschwertduell zwischen Kylo und Ren, den Rey gewann. Hinterhalt von Passana Im Jahre 35 nach der Schlacht von Yavin wurden die Ritter von Ren unter Kylo Rens Führung mit der Mission beauftragt, Rey aufzusuchen und gefangen zu nehmen. Die Ritter von Ren konnten Rey auf dem Planeten Passana ausfindig machen. Dort verfolgten sie Rey und ihre Begleiter mit der Unterstützung der dort stationierten Sturmtruppen, bis diese Rey und die übrigen in die Falle der Ritter führten. Sie schafften es, Chewbacca, ein Mitglied des Widerstandes und Begleiter von Rey, gefangen zu nehmen. Sie scheiterten jedoch, Rey gefangen zu nehmen, da den Widerstandskämpfern die Flucht gelang. Während der finalen Auseinandersetzung zwischen dem Widerstand und der Letzten Ordnung, welche sich in der Schlacht von Exegol äußerte, wurden die Ritter von Ren von Palpatine, dem Anführer der Letzten Ordnung und ihrem neuen Meister, beauftragt, Kylo Ren zu vernichten. Zuvor hatte dieser sich Palpatines Willen, Rey zu töten, nicht unterworfen. Dies veranlasste die Ritter, sich gegen ihren ehemaligen Meister zu stellen und diesen zu töten. Es kam zu einer kurzen Auseinandersetzung, in welcher Kylo Ren schnell die Oberhand gewann. Die Auseinandersetzung endete mit dem Tod aller Ritter. Hierarchischer Aufbau Die Ritter von Ren wurden von einem als teuflisch bekannten Krieger namens Ren gekundet und angeführt. Als dieser Ben Solo zur dunklen Seite verführt hatte, machte er Solo nun als Kylo Ren zum neuen Anführer der Ritter. Meister Ren In vergangenen Zeiten wurden die Ritter von Ren von einem Menschen namens Ren angeführt. Kylo Ren Kylo Ren war der nächste Meister der Ritter von Ren. Somit war er ihr ideologischer wie auch militärischer Führer. Er wurde von Snoke ausgebildet und war zudem als starker Krieger bekannt. Mitglieder Um das Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin sind sechs Mitglieder bekannt, welche den inneren Kreis des Ordens bilden. Sie sind ihrem Meister in ideologischen wie militärischen Aspekten unterstellt und zeichnen sich durch individuelle Kampftechniken aus. Kado Kado ist für seine willkürliche Vorgehensweise bekannt. Seine Ausrüstung zeichnet sich durch modifizierte Waffen aus, weshalb er als Waffenmeister der Ritter von Ren gilt. Aplek Aplek ist als Stratege der Ritter von Ren bekannt. Seine Ausrüstung ist an sein strategisches Vorgehen angepasst. Er führt beispielsweise Rauchbehälter mit sich, welche er gezielt gegen seine Gegner einsetzt. Usha Usha legt viel Wert auf die Regeln des Zweikampfes. Er gewährt Gegnern, welche würdevoll kämpfen, einen schnellen Tod. Bitten sie ihn jedoch um Gnade, lässt er sie qualvoll sterben. Vikrul Vikrul genießt es, seine Gegner Auge um Auge zu töten. Nach seiner Philosophie macht ihn jeder Gegner stärker, der durch seine Hand gefallen ist. Die dunkle Seite der Macht durchströmt Vikrul. Dies erlaubt ihm unbewusst, die Angst seiner Gegner zu steigern. Kuruk Kuruk ist als Einzelgänger der Ritter von Ren bekannt. Die dunkle Seite der Macht durchfließt auch ihn und macht ihn zielsicherer. Das macht ihn zu einem perfekten Scharfschützen. Trutgen Trutgen ist für seine individuelle Rüstung bekannt. Er erweitert sie nach jedem Sieg über einen Gegner. Erweiterter Kreis Die exakte Größe des Ordens ist nicht bekannt. Jedoch wird davon ausgegangen, dass neben den bekannten Mitgliedern weitere dem Orden angehörten. Ideologie Ein zentraler Aspekt der Ideologie der Ritter von Ren lag in der Vernichtung der Jedi. Ihr Drang, die Jedi zu beseitigen, rührte daher, dass sie die Macht ins Gleichgewicht bringen wollten, wie die Jedi Prophezeiung es einst voraussach. In den Augen der Ritter von Ren waren die Jedi für die Störung des Gleichgewichtes der Macht verantwortlich. Deswegen arbeiteten die Ritter von Ren eng mit der Ersten Ordnung zusammen. Die Ritter von Ren, vor allem Kylo Ren, verehrten Darth Vader aufgrund seines Wissens und seiner Verdienste. Die Ausrüstung der Mitglieder war meist an ihre Kampftechniken und Vorgehensweisen individuell angepasst. Zum Beispiel ähnelten Kopfbedeckung sowie Körper- und Beinschutz nur in ihrer Farbe einander. Die Rüstungen der Mitglieder schützten sie nicht nur vor Verletzungen, sondern spiegelten in einigen Fällen auch ihren Charakter wider. Auch ihre Waffen waren individuell ausgewählt und modifiziert. Dies ermöglichte optimale Effektivität während einer Kampfhandlung. Night Buzzard Bei einer Mission in den unbekannten Regionen überfielen die Ritter von Ren aus Sariton eine Gefängniswelt. Während der Mission bemächtigten die Ritter sich eines Gefangenentransporters. Diesen modifizierten sie nach der Mission und machten ihn zu ihrem persönlichen Schiff. Nach der Modifikation verfügte das Schiff, die Night Buzzard, über einen mit Schiff Lasergeschützturm, gepanzerte Abdeckungen und eine Hybrid-Triebwerksbank für Unterlicht und Hyperantrieb. Die Night Buzzard wird von Kuruk geflogen. Fertigkeiten Die Fertigkeiten einiger der Ritter beschränkten sich nicht nur auf die Wahl ihrer Waffe oder auf ihre Kampferfahrung. Es ist bekannt, dass einige Mitglieder, bewusst und teilweise unbewusst, die Macht während eines Kampfes zu ihrem Vorteil nutzten. Hinter den Kulissen Es existierte das Gerücht, dass die Ritter von Ren Nachfolger der Akolyten aus Nachspiel sein könnten. Diese verehrten ebenfalls Darth Vader. Die Ritter von Ren kamen in Episode 7 Das Erwachen der Macht und Episode 9 Der Aufstieg Skywalkers vor, nicht aber in Episode 8 Die Letzten Jedi. Noch vor dem Krieg zwischen der Neuen Republik und der Ersten Ordnung existierte eine männliche Person, die sich Ren nannte. Es handelt sich jedoch nicht um seinen richtigen Namen. Es ist außerdem naheliegend, dass er die Ritter von Ren gegründet hatte, da er versuchte, weitere machtsensitive Personen zu rekrutieren. Es ist nicht bekannt, ob er zum Zeitpunkt von Episode 9 lebt und was mit ihm geschah. Dieser Podcast wurde produziert von Nikolas Antohevic und ist verfügbar unter der Creative Commons Lizenz BYSA 4.0. Der vorgelesene Artikel ist unter der GNU Free Documentation License auf jedipedia.de verfügbar. Abonniere doch den Instagram Account at schlafgut mit jedipedia. Abonniere doch denonstenассejts. Abonniere doch den Planaren zu сложноaráje. Der Be traceur wird unter Arriviertel cubiert. Abonniere doch deine Punkte, die wechselse nicht zu können. Abonniere doch den Planare, die wir mittruppen gew Glenn- bildte.